PUBG Best of am Stizzle. Da sind zwei hinter mir. Fuck, I need to go in the Turkish house. Oh, schi. Ich bin Dirty Harry. Na, immerhin, Appeskinners. Ihr wisst, was man macht, wenn die Feinde close sind. Rangehen. Das ist schon meine Butze hier. Kannst dich verpissen, mein Freund. Wenn er hier direkt bei mir runtergeht, ist er bescheuert oder was? Ah, schnell. Jawohl. Komme. Wo ist der Saftag? Aha, er rennt einfach weg. Okay. Wenn du wegrennen musst? Ich sag's mal so. Ich würde auch von mir davonlaufen. Ganz klar, guck mal, mein T-Shirt passt sich dem Haus an. Aber den Sack hol ich noch. Den Sack hol ich noch. Ist da die Tür offen? Boah. Kann schon. Geile Wumme, Mann. Mann, die braucht ja Jahrzehnte. Wir haben nichts Gescheites dabei gehabt. Vielen Dank. Wo ist der dritte, der hier war? Was ist denn los? Jawoll, Appan. Aha, wen haben wir denn da? Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen, sonst bin ich geliefert. Hallo, Monsieur. Ja. Ich glaub echt, dass der wusste, dass ich da war, ne? Einen Achtfach-Sucher hat er dabei. Der kleine Herr. Ja, sehr schön. Aber er hatte nur ne Ump, so wie ich. Es war natürlich... Wenn man halt nicht den Skill hat, der er nicht hat. Ja, 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 ja. Das glaub ich aber. War natürlich on point wie ein Gänseblümchen. Na, was seh ich denn hier? Im 16. Komm her, Bitch. Na, mein Freund? Wow. Ja, ich bin das erste Mal hier drin, ohne dass mich einer abfuckt. Ich werde mit euch hier sind Raketenwerfer drin. Schön, Tür zu machen. Raketenwerfer, Raketenwerfer, Raketenwerfer. Jawoll, schon mal keiner. Ja, M4. Komm, so ein kleines 100-fach-Visierchen wäre da schon drin, oder? Oh, oh Gott. Scheiße, mein Schatten. Oh, shit. Alles klar, ich verrecke jetzt erst mal hier den Berg runter. Und da ist schon mal kein Auto, alles klar. Aber es läuft auch niemand hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ein Auto. Das ist schon mal gut. Here we go. Oh. Wer steht denn da rum? Noch ein Auto, okay. Aha. Oh, da hab ich ihn gehittet. Das steigt einfach raus. Was für ein Tödel. Er steht rum. Er dachte, das käme von der anderen Seite. Er dachte, er wird von hinten beschossen. Shit. Dabei wurde er von hinten beschossen. Halt das andere hinten. Was haben wir denn hier? Jawoll. Sonst nichts. Wow. Da hat es verdient, von hinten gekillt zu werden. Ich fahr hier mal in die Pampe. Außer da oben ist jemand. Dann brech ich wirklich zusammen. Ah, das hat eine richtige Garage, in die ich reinfahren könnte. Ja, nicht wirklich. Oder doch, kann man über Treppen fahren? Ich weiß es nicht. Er ist schon mal so ein Monster drin gelungen. Wir haben Besuch. Schön die Tür zu lassen, du Sack. Eine Machete. Das war die Machete, der Kerl. Ah, da liegt er. Guck, wenn wir jetzt nicht den Bauch hält. Ah, jetzt ist er weg. Willy G Man. Babadadadada. Babadadada. Babadadadada. Bilibi G? Pläne schmieden. Hm. Wir gehen natürlich hier hin. Ist doch klar. Bilibi G. Ich muss ganz schnell in... Oh, Shelter. Okay, das sind 100 pro 1000 Leute, ne? Da hab ich jetzt doch ein bisschen Schiss. Irgendwie eine Scheißidee. Oder wisst ihr was? Ich glaub, ich bin der erste, der hier gleich drin ist, oder? Nee. Nee, 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 nee. Hallo. Alles klar, da ist jemand. Da oben. Vielleicht kann ich mir mit ihm einfach dieses Haus teilen. So als Untermieter. Hab ich irgendwas zu schmeißen? Ja, so einiges. Guck mal, ob ich da hochtreff. Nicht wirklich. Was? Wie, die geht direkt hoch? Hoch aus Attack, bitches? Swiggy, 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 coming for the booty. Wo bist du, du Sack? Du bist hier gelandet, ich weiß es. Er erwartet mich bereits. Hallo. Scheiße. Ich dachte kurz, die hat Automatik an. Shit. So machen das nämlich die wahren Profis. Ja, da lässt man sich von den Feinden die Waffen bringen. Daher aber nur einer war. Ist das jetzt ein bisschen blöd? Yeah. Oh, yeah. Oh, shit. Nein, 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 nein. Calculated. Oh. No. Oh, 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 oh. Den müssen wir uns holen, ihr Sack. Noch schnell den Red Bull neinkippt da. Zack, zack. Und ran an der Speck. Oh, das gibt es für mich gleich dick auf die Fresse, glaube ich. Oh. Scheiße, ich habe ihm doch Ultra gegeben. Was macht er denn? Ich hätte mit der Pump hingehen sollen, ey. Fuck. Leute, Daumen nach oben geben. Abonnieren, favorisieren, kastrieren. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.